hola chicos hola chicas so das wird unser erstes youtube video werden zum thema auswanderung spanien und ja auswanderung nach valencia so schaut jetzt aus wir hoffen euch gefällt das ganze wir werden daraus diesen kleinen vlog machen was das erste video jetzt sein wird warum wir uns dafür entscheiden und dann wird halt nachfolgen sobald wir in valencia sind das ist in drei wochen versuchen wir voraussichtlich einmal die woche spätestens immer alle zwei wochen ein video bei youtube für euch hochzuladen in der hoffnung dass es natürlich super ankommt so genau damit ihr sehen könnt warum machen wir das ganze warum sind wir so verrückt und geben hier alles in deutschland auf und was sind unsere pläne was stellen wir uns vor und wir fanden das ganze oder finden das ganz witzig das mal festzuhalten damit wir später auch mal schauen können wie wir so gestartet sind und genau in erster linie weil alle freunde family immer gefragt haben und wie sieht es aus wie seid ihr in den vorbereitungen seid ihr schon fertig und da haben wir gedacht jetzt müssen wir das irgendwie jedes mal erzählen wie wollen wir das denn machen wenn wir dann da sind da machen wir einfach video und dann können alle genau gucken können uns einfach abonnieren und einfach schauen wann man es wieder was neues gibt ja warum machen wir das ganze überhaupt schatz erzähl mal warum tun wir uns den ganzen die ganzen stress am anfang erstmal an ja also erster punkt ist auf jeden fall das wetter also gerade aktuell wir haben ende juni ja freut man sich dann doch schon auch auf den richtigen sommer vor allen dingen weil er zieht sich teilweise bis in den oktober da rein oktober november wenn man glück hat hat ein paar schöne warme tage zwar kein strandwetter mehr ja genau und eigentlich gesundheit eigentlich ja haben wir beide ja schon mal in spanien gearbeitet und gelebt und haben immer überlegt ob wir denn noch mal den schritt wagen wollen jetzt haben wir gedacht wir sind noch jung jetzt machen wir zusammen weil damals war es natürlich unabhängig voneinander da kannten uns noch gar nicht wo wir in spanien gelebt haben in andalusien damals und ich auf mallorca genau und jetzt sagt mir jetzt packen wir es einfach zusammen und zusammen mit unserem kleinen dackel der sausage heißt werden wir das ganze angehen warum valencia warum valencia also ganz kurze story ist fing so an vor einem gut einigen jahr waren wir auf dem kreta urlaub gewesen und wir haben uns so gefragt auswandern so geil wir haben alles durchgeplant und durchgerechnet und ins pläne gemacht und dann im endeffekt sind wir zu dem entschluss gekommen nein das ist übrigens sausage nein wir machen doch nicht kreta oder griechenland einfach aus dem grund weil kreta auch eine insel ist und dann wegen tourismus und der sprache auch ein bisschen genau dann haben wir gesagt pass auf wir fliegen noch übernächsten monat also das war letztes jahr gewesen nach valencia da waren wir noch gar nicht gewesen und wir schauen uns einfach mal valencia an und schauen uns was valencia so tolles zu bieten hat genau weil spanien war dann irgendwie doch schon in unseren köpfen drin und wir waren uns aber noch nicht sicher valencia mallorca war sowieso eigentlich ausgeschlossen weil es machen alle und es geht oft schief wie man bei der fernsehsendung der berühmten fernsehsendung wir wollen jetzt keine namen sagen und wir wollen es ja besser machen als die oder anders machen dann haben wir gedacht wir schauen jetzt einfach große stadt moderne stadt ist uns wichtig festland ist auch wichtig und ein kurzer flug aus deutschland zweieinhalb stunden nach valencia war irgendwie auch so ein argument und wir sind dieser stadt angekommen und dachten okay okay das wollen wir hin das ist ja man hat alles da also du hast eine sehr sehr futuristische stadt eine sehr moderne stadt es sind viele junge menschen internationale viele kulturen treffen aufeinander also es ist quasi auch wie so das kleine berlin würde ich mal so sagen man hat das meer direkt vor der türe mehr oder weniger also auch in der wohnung in der wir dort leben werden sind gut zwölf minuten vom meer entfernt also schon mega schön und alle sprechen spanisch das war uns auch wichtig weil wir wollen ja auch noch spanien um die sprache noch mal so richtig zu lernen und in barcelona zum beispiel sprechen fast alle englisch und ja deswegen war uns das irgendwie doch wichtig auch dahin zu gehen wo wir spanisch sprechen müssen jetzt haben wir auch noch einen spanisch kurs gemacht genau jeden sonntag präsenzunterricht samstag präsenzunterricht vier stunden genau da man halt noch mal die schulbank gedrückt die beide und genau und wann jetzt insgesamt dreimal in valencia kontakte geknüpft dreimal zu verschiedenen jahreszeiten jeweils nur noch nicht im sommer da aber das steht ja jetzt bevor aber zu den jahreszeiten wohl da gewesen sind muss ich sagen das wetter immer bombe gewesen also wir waren im september da hatten wir 30 grad wir waren november november über einen tag auf 30 grad und wir waren ende märz wir waren ende märz da gewesen und da hatten wir auch einmal über 30 grad gehabt ende märz also aber trotzdem mitte 20 grad und man verfolgt natürlich auch immer das wetter so und selbst an weihnachten letztes jahr waren halt dort 26 grad ja und es prasselt einfach so viel ein also es in unserem umfeld so viele unsere spanisch lehrerin kommt aus valencia dann bei uns aus dem studio sind es das ein oder andere mitglied was eine eigentumswohnung hat was da ist oder freunde dort hat die uns vor ort schon helfen können also das ist also nachdem wir das endlich auch irgendwie öffentlich kommunizieren durften dass wir gehen weil es war natürlich mit der arbeit am anfang noch so ein bisschen secret und seitdem wir das kommunizieren und erzählen auf einmal der eine ah ich war schon mal in valencia voll cool ich will ein auslandssemester in valencia machen voll cool vielleicht sehen wir uns da und es geht auf einmal nur so seitdem das in die fest steht und ja jetzt ja ein jahr haben wir jetzt geplant uns vorbereitet das ziel ist erst mal das erste halbe jahr umzukriegen und sich in dem ersten halben jahr vielleicht aufzubauen vielleicht dann länger zu bleiben genau das ist unser plan und was erhoffen wir uns dadurch also für mich an erster stelle aber ich glaube auch ich spreche auch für karo ist so dieser dieses work life balance also du hast halt das haben wir auch in spanien gemerkt wie die leute halt da die halt dort leben und auch arbeiten du hast halt das ist perfekt ausgeglichen während in deutschland dieses so kommt es mir auch vor und für karo auch dieses work life balance ist nicht im einklang yin und yang sondern es ist quasi nicht ausgeglichen da hast du es einfach die späne sind sehr sehr entspannt was nicht heißen soll dass wir da auf der vollen haut sitzen werden wir möchten auch arbeiten aber das ist dieses entspanntere leben einfach also mentalität die menschen also und die kleinen dinge werden noch ein bisschen mehr wertgeschätzt wenn schönes wetter ist und alle glücklich brauchen sie eigentlich nicht so leben und wir können das auch so sagen weil wir waren nicht nur urlauber in spanien sondern ich war damals zehn monate in spanien dominik war dreieinhalb vier monate in spanien wir haben da gearbeitet und nicht urlaub gemacht und deswegen wissen wir schon wieder viel gearbeitet und eins kann ich auf jeden fall dazu sagen was man hier sehr sehr stark merkt dass man kann sein dass man das dort auch hat aber wir haben so nicht gemerkt oder nicht so stark gemerkt deutschland ist doch schon ich will jetzt auch nicht deutschland komplett schlecht reden weil die infrastruktur super aber in deutschland hat man schon so eine neid und hass gesellschaft und man gönnt irgendwie keinem etwas obwohl man alles haben kann gefühlt und das hast du halt in spanien oder allgemein wir reden jetzt nicht nur von spanien reden von den südlichen ländern sei es italien sei es griechenland sei spanien das hast du da einfach nicht also so viele die wir kennen die jetzt auch mal ausgewandert sind oder dort gelebt haben die bestätigen das einfach nur oder selbst die spanier die sagen dass die jetzt hier leben oder genau die vor ort oder die jetzt hier leben und sagen nee ich werde auf jeden fall wieder zurück nach valencia gehen oder nach spanien weil das leben dort viel entspannter ist die leute hier sind halt nicht entspannt genug und ich glaube das macht schon sehr viel aus mit einem dass man einfach seinen seelenfrieden hat seine ruhe allen allen leuten dem vor ort erzählt haben ja wir überlegen hierher zu ziehen oder wir ziehen bald hierher jeder egal ob spanier oder zugezogener in valencia hat gesagt oh ja komm hierher beste stadt beste stadt in spanien und wir lieben unsere stadt und ihr müsst dann das machen und in dem monat ist das und ihr müsst und kommt her wir gehen zusammen essen und genau das lustige ist so dass es sogar als wir sogar in valencia waren und beim taxi dann halt vom flughafen meistens zu unserem hotel gefahren sind beziehungsweise zu unserer unterkunft dass sogar die taxifahrer also es ist sehr sehr marokkanisch da auch angehaucht viel oder libanesisch die halt da arbeiten also viele ausländer halt auch und seit die gesagt haben kommt nach valencia die sind so ausländerfreundlich die spanier dass sogar die gesagt haben macht das so während andere vielleicht in deutschland nicht sagen würden kommt nach deutschland ihr macht alles richtig sondern ja ist vielleicht cool hier aber überlegt euch noch mal also es ist wie in berlin dort multi kulti du hast da alle kulturen irgendwie vertreten klar hauptsächlich spanier weil es nicht so touristisch ist wie zum beispiel in barcelona oder madrid aber sehr sehr viele auch deutsche franzosen aus aller welt keine ahnung wie wir da alles und alle sagen ist es so toll hier kommt hier her und er hier freut sich auch ganz dolle weil es da gibt es einen hundestrand und man kann mit dem hund überall in die läden gehen das ist da ganz normal dass man dadurch den h&m läuft mit hund an der leine hier in deutschland kriegst du ja schon einen bösen blick wenn du mit dem hunden in die nähe von einem spielplatz kommt und da sind so viele hunde wir haben noch nie in einer stadt so viele dackel auch gesehen das war uns nicht bewusst ja langweilig erzählen immer das gleiche ja auf jeden fall erfreut sich auch schon ganz dolle und wir hoffen uns da auch für den hund mehr lebensqualität definitiv weil auch hier bei uns in köpenick in der gegend es gibt so viele spielplätze aber für die hunde kaum möglichkeiten irgendwie mal ohne leine zu rennen und es gibt so viele hunde auch hier und in valencia gibt es ganz tolle parks und ganz viele so abgetrennte bereiche wo die hunde auch ohne leine rennen können am strand dürfen die da ohne leine rum rennen und so weiter ich habe genug davon er will schon los also es wird halt mega schön werden ja und das ganze wird halt in heute in drei wochen sind wir haben wir quasi die erste nacht dort aber das erstmal übernachtet in valencia und wie starten wir also wir haben uns eine dachbox geholt fürs auto was uns ganz ganz wichtig war genau wir fahren beim auto weil viele schon gefahren geht euer flug nein wir fahren beim auto wir brauchen das auto wir nehmen unsere sieben sachen mit also quasi nur klamotten ist das wichtigste für mich noch mal supplementen natürlich aber ansonsten eigentlich nur von dieser also eigentlich von ihr sachen winterkleidung et cetera werden wir komplett jetzt aussortieren noch was steht noch bevor das lassen wir alles hier weil a fängt wenn überhaupt der winter erst mitte januar da an für monat anderthalb und das auch nur mit 13 nur mit 13 grad tags und sonne und das kann man sich dann vor ort noch mal holen übergangsjacke oder so das braucht man sich mitzunehmen das sind unmöglich platz weg übergangssachen gibt es sowieso in spanien glaube ich nicht in deutschland dieses wort auch glaube ich auch ja und man hat über 300 sonntage im jahr das auf jeden fall geht es bald los mit dem packen wir haben jetzt noch ein zwei wochen auf der arbeit und dann verabschieden wir uns und dann wird hier die wohnung komplett ausgeräumt bzw die klamotten ausgeräumt wir vermieten unsere wohnung erst mal unter für das erste halbe jahr und dann würde ich sagen im nächsten video seht ihr dann alle vorbereitungen und die tour nach spanien die vorbereitungen wir werden natürlich aufnehmen wenn wir hier losfahren mit dem ganzen zwischenstopps also wir werden nur zur info zwischenstopp in lior machen in frankreich und wenn dann am nächsten tag weiter fahren nach valencia das alles insgesamt in gut 23 stunden das schaffen wir auch und das ganze wird natürlich verfilmt und ich denke mal dann sobald wir da angekommen sind in den nächsten tagen werden wir einfach in hohe das video schneiden und dann hochladen damit ihr auch den ersten und euch updaten habt von valencia und euch updaten natürlich so also drückt uns die daumen dass alles mit den vorbereitungen noch klappt wir nichts vergessen haben ja ich hoffe euch hat es gefallen mich wird es gerne interessieren was ihr gerne über valencia erfahren möchtet also auch wenn wir da sind ihr könnt es in die kommentare gerne mal reinschreiben was sollen wir filmen was sollen wir für euch also ich habe schon sogar gesagt weil ich bin ja so ein cheat typ also ich werde auf jeden Fall viele food vlogs video machen so cheat day in valencia oder wie schmeckt der döner in valencia oder was gibt es da für kulinarische erlebnisse die man einfach mal erlebt haben muss gegessen haben muss was euch interessiert egal was haut es in die kommentare wir werden versuchen darüber ein video machen darüber ein video zu machen lieferando gibt es da zum beispiel auch und es ist so krass einfach lieferando also kurzer spoiler hier liefern halt 80 restaurants sind und wir leben in berlin und wir haben schon geguckt von unserer unterkunft sind einfach 280 restaurants die einfach zu unserer unterkunft liefern also kannst du jetzt schon alles erzählen ja okay ich erzähle jetzt alles also da wird es auch wahrscheinlich ein video geben genau schreibt es in die kommentare lasst es uns wissen ich hoffe euch hat das video gefallen und wir freuen uns um das nächste video ihr müsst jetzt leider noch gut dreieinhalb vier wochen warten bis das nächste video online kommt aber dann heißt es wieder VIVA VALENCIA wochen warten bis das nächste video